Wir müssen mal kurz, glaube ich, darauf eingehen, wie geisteskrank schnell dieser Coin einfach in die Top 100 geschossen ist, nicht? Also das waren, glaube ich, irgendwie 2000, 3000 Prozent oder so, die der einfach innerhalb von einem Tag oder so zugelegt hat. Das war geisteskrank. Also ich glaube, so schnell ist ein Meme-Coin noch nie in die Top 100 gekommen. Eine historische Woche für den Crypto-Markt neigt sich dem Ende. Bitcoin schaltet in den Up-Only-Modus und bricht Rekorde. Hold my beer, sagt sich der Meme-Coin-Sektor und setzt noch einen oben drauf. Sehen wir hier schon erste Anzeichen eines Tops? Und ist es zu spät, um einzusteigen? Außerdem, die USA bereiten sich auf die Trump-Präsidentschaft vor. Viele Crypto-Stakeholder trauen sich nach langem wieder aus der Deckung. Das könnte in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Lasst uns direkt einmal reinspringen. Herzlich willkommen zum Recap-Podcast. Mein Name ist Johannes Maxwell und mir zugeschaltet ist mein geschätzter Kollege und aufstrebender YouTuber Daniel Hoppmann. Daniel, hast du schon das nächste Video in der Pipeline? Ja, die Dinger, die kommen jetzt, werden jetzt rausgeballert. Das nächste Video ist jetzt tatsächlich auch schon in der Planung. Freut euch auf jeden Fall darauf. Es wird wahrscheinlich so ein bisschen in Richtung Markterklärung gehen. Aber ja, lasst euch auf jeden Fall überraschen. Ja, Bitcoin schreibt Geschichte. Das digitale Gold knackt die 90.000 US-Dollar-Marke und treibt auch viele Alls und Meme-Coins vor sich her. Daniel, lass uns doch gleich einmal festhalten, wie krass diese Woche tatsächlich war. Bitcoin begann die Woche bei 80k, 80.000 US-Dollar. Und gleich am Montag habe ich eine Umfrage in der Redaktion gestartet und gefragt, ob wir diese Woche auch die 90k schaffen. Da haben 7 zu 2 Redakteure für Ja gestimmt. Ich weiß gar nicht, was hast du eigentlich gesagt? Ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich die Umfrage überhaupt gesehen habe. Aber wenn es eine Qualität gibt, die mich und Michael Saylor vereint, dann auf jeden Fall, dass wir permabolisch sind. Insofern hoffe ich, dass deine Frage damit beantwortet ist. Ja, Spaß beiseite. Es war natürlich geisteskrank, was wir da erlebt haben. Ich will euch einfach nur mal mitnehmen in den Mittwoch, was hier bei uns in der Redaktion eigentlich los war. Ich habe da mal so eine kleine Timeline vorbereitet. Ja, so gegen 14.30 ungefähr hat ja Bitcoin angefangen auszubrechen. Und das haben wir halt angefangen so zu verfolgen, zu beobachten. 30 Minuten später stand Bitcoin dann schon bei den 90k. Und wir hatten hier im Büro alle mega FOMO. Wir haben dann schon gesagt, okay, wir müssen jetzt halt hier eine Schlagzeile vorbereiten, weil wahrscheinlich kommt jetzt gleich das nächste Allzeit hoch. Dann hat Bitcoin tatsächlich kurz danach die 91k geknackt und er hörte auf, wie einfach nicht aufzusteigen. Wir waren halt schon dabei, die Schlagzeile da zu formulieren. Und auf einmal stand Bitcoin dann schon bei 92k und verweilte dann dort auch erstmal für eine Weile. Wir haben uns dann entschieden, die Schlagzeile dazu zu veröffentlichen. Und dann war, glaube ich, das Ding nicht mal eine Stunde draußen. Und da waren wir auf einmal schon bei 93k und mussten halt nochmal alles umändern. Und ja, parallel hatte Stefan, unser Kursanalyst, war mit einer Bitcoin-Chart-Analyse beschäftigt. Der war auf jeden Fall auch maximal am Ausrasten die ganze Zeit, weil er halt immer wieder die Kurse irgendwie aktualisieren musste und sich das alles gezogen hat. Und es war einfach verrückt, der ganze Tag. So ein crazy day. So viel zum Einblick. Du, Johannes, hast aber, glaube ich, auch ein paar nüchterne Fakten vorbereitet. Nimm uns doch einfach mal mit. Ja, also das stimmt. Es war wirklich ein crazy day, wie du schon gesagt hast. Alles ging Schlag auf Schlag, um das vielleicht mal so ein bisschen in Zahlen zu fassen. Bitcoin legte, ich glaube, am Montag dann auch tatsächlich den größten nominellen Kursanstieg seiner Geschichte hin. Also in Dollar gemessen, nicht in Prozent. Das waren so circa 8.000 Dollar, ein bisschen mehr an einer Tageskerze. Das ist schon echt extrem. Und wie du schon gesagt hast, bereits am Mittwoch konnte dann Bitcoin auch die 90k überschreiten. Neues All-Time-High bei 93.477, Stand jetzt, einlegen. Und ja, begibt sich weiter auf Trophäensammlung, oder? Ja, voll. Also ich meine, wenn du dir mal auch anguckst, was bei den ganzen Bitcoin-ETFs los ist, vor allem bei dem von BlackRock. Ich glaube, dann ist der vom größten Vermögensverwalter der Welt mittlerweile mehr wert als der hauseigene Gold-ETF. Das spricht schon mal Bände. Vor allem, wenn man sich anschaut eigentlich, wie alt die zwei Finanzprodukte sind. Also iBit ist, glaube ich, am 12. Januar gestartet diesen Jahres und zählt heute irgendwie, oder hat heute ein Volumen von 40 Milliarden US-Dollar. Der Gold-ETF von BlackRock startete irgendwann 2005 und hat seit dem 33 Milliarden US-Dollar eingesammelt. Also schlägt da Bitcoin-Gold auf jeden Fall in der Hinsicht. Ja, also und die ETFs stellen halt irgendwie in diesen zehn Monaten, performen die halt einfach den Gold-ETF aus, der 20 Jahre dafür gebraucht hat, um so ein Volumen einzusammeln. Ja, auf jeden Fall richtig krass. Und ich würde sagen, der Bitcoin-Kurs setzt jetzt auch zur Aufholjagd an. Da gab es einen coolen Chart von Charles Edwards, dem Analysten von der Firma Capriol Investments. Und der hat halt quasi den Bitcoin-Chart auf den Gold-Chart oder Gold-Kurs übergelegt sozusagen, die Korrelation gezeigt und auch gezeigt, dass Gold in diesem Jahr schon mal vorgeprescht ist und Bitcoin noch so ein bisschen hinterherhinkt. Und ja, nach dieser monatelangen Konsolidierung sieht es jetzt tatsächlich auch so aus, als könnte Bitcoin da so ein bisschen hinterher gehen und Gold einholen. Und wenn Bitcoin das täte, dann sieht man, man kann es jetzt natürlich, ich kann es jetzt nur beschreiben, aber der Chart deutet zumindest darauf hin, dass Bitcoin dann bei 140.000 US-Dollar landen würde, wenn er Gold einholt. Ja, aber bis dahin gibt es ja noch ein paar andere Assets, die sich Bitcoin auf jeden Fall einverleiben kann. Ich glaube, diese Woche war auf jeden Fall Silber schon mal am, ja, ist Opfer von Bitcoin geworden sozusagen. Bitcoin hat da die Market Cap von Silber überholt und war dann, glaube ich, zu dem Zeitpunkt jetzt das achtwertvollste Asset der Welt. Und einen Tag später musste dann Saudi Aramco, also das größte Ölunternehmen der Welt, dran glauben. Ja, wurde dann auch von Bitcoin abgelöst, dann halt jetzt auf Platz sieben. Und ja, man schielt jetzt halt so ein bisschen auf die ganz großen Player, Google, Amazon und irgendwann vielleicht auch Gold, mal gucken. Ja, aber schaut man halt auch auf die Gesamtmarktkapitalisierung, also von allen Kryptowährungen zusammengerechnet, dann war das auf jeden Fall auch ein neuer Rekord, den wir aufgestellt haben mit über 3 Billionen US-Dollar an, ja, Gesamtwert im Kryptomarkt. Ja, also von der Sparte her hat der Kryptosektor viele dieser Unternehmen schon überholt. Ich würde gerne nochmal zurückgehen zu dem, was du gerade gesagt hast. Wir gucken uns mal an, welche Kursmarken Bitcoin erreichen müsste, um eben diese Unternehmen zu überholen. Also, wenn man Google und Amazon überholen will, müsste Bitcoin einfach bei jetzigem Stand auf 110 US-Dollar steigen. Das ist durchaus in greifbarer Nähe, wenn man sich das... Ja, nächste Woche. Ja, gefühlt, wenn es so weitergeht, würde ich dem tatsächlich auch zustimmen. Für Microsoft, Apple und Nvidia braucht man dann doch ein bisschen länger, da sind es 180.000 US-Dollar. Also, ja, da müssten wir uns nochmal verdoppeln und ich sag mal, selbst die optimistischsten Bullen dürften da nochmal nachdenken, ob das tatsächlich möglich ist und du hast es gerade auch schon angesprochen. Gold, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Kaliber. Golds Marktkapitalisierung ist, glaube ich, aktuell so um die zehnmal größer als Bitcoin. Das heißt, Bitcoin müsste auf, ja, irgendwo im Bereich eine Million US-Dollar steigen, damit man Gold überholt. Und man muss natürlich auch bedenken, die anderen Assets dürfen in dieser Zeit halt auch nicht steigen. Sie müssten da so stagnieren oder da bleiben, wo sie sind und das ist auch irgendwie unwahrscheinlich. Aber immerhin, du hast es gerade gesagt, Michael Saylor und dich, euch verbindet ja, dass ihr beide so Permabullen seid und der Micro-Strategy-Vorsitzende, CEO, wie auch immer, bereitet sich schon auf ein weiteres Allzeithoch noch in diesem Jahr vor und plant eine 100k Bitcoin-Party. Das hat er in einem Interview gegenüber CNBC diese Woche gesagt. Und was ich auch ziemlich bullisch fand, er glaubt nicht, dass Bitcoin nochmal auf die 60 oder auf die 30k fällt. Und es gibt seiner Meinung nach gar keine Risiken mehr für dieses Asset. Ich meine, das ist jetzt ein bisschen hochgestochen, aber ich bekomme da auf jeden Fall ordentlich FOMO und frage mich dann natürlich auch, wie hoch Bitcoin jetzt überhaupt noch steigen kann. Und das dürften sich viele Neueinsteiger auch fragen, ob sie möglicherweise schon zu spät sind. Und damit hast du dich ja an einem aktuellen Video beschäftigt, Daniel. Kannst du da vielleicht etwas spoilern? Ja, also ich meine, es ist natürlich immer so ein bisschen die Frage, also was heißt denn zu spät, beziehungsweise so Kurspunkte und so. In dem Video jetzt, was wir gemacht haben, da ging es eigentlich eher so ein bisschen darum, dass man sich diese Fragen halt irgendwie selbst beantworten kann. Ja, und wie beantwortest du dir so eine Frage? Am besten halt, wenn du irgendwie auf Charts oder auf Daten guckst und einfach guckst, wie waren da so die historischen Vergleiche vielleicht auch, welche Indikatoren gibt es da, welche Metriken und so. Also es ist eher so ein bisschen, ja ein bisschen mehr so educational als jetzt so prognosemäßig. Im Grunde haben wir halt auf drei Metriken oder drei Metriken vorgestellt, die man ja halt für sowas nutzen kann. Den MVRVZ-Score, ist einer meiner Lieblingswörter auf jeden Fall geworden. Ja, dann den NUPL, den Net Unrealized Profit Loss und den Pure Multiple. Das sind quasi alles so Statistiken, die dir im Grunde zeigen, ob der Markt überhitzt ist oder halt nicht. Ja, und dann halt diese Frage nach dem zu spät, das muss halt irgendwie jeder so ein bisschen für sich selber beantworten. Die Frage ist ja halt auch, wie definierst du denn zu spät? Wenn du ja zum Beispiel sagst, also kurzfristig zum Beispiel, mag es sein, dass man dann da vielleicht zu spät ist, ja, aber langfristig, und das machen ja die meisten Bitcoin-Investoren, die investieren ja langfristig in Bitcoin, da ist es zumindest, das ist meiner persönlichen Meinung nach, definitiv noch nicht zu spät, um in Bitcoin einzusteigen und sich halt auch mit dem ganzen Thema irgendwie so ein bisschen auseinanderzusetzen. Genau. Also für Bitcoin ist es nie zu spät. Na, wenn du gleich für Bitcoin. Ich kann euch auf jeden Fall das Video von Daniel ans Herz legen. Ich finde das auf unserem YouTube-Kanal zusammen mit anderen Videos, wo wir zum Beispiel auch noch auf den Trump-Pump eingehen und so weiter und so fort. Aber ich würde sagen, Daniel, wir machen mal mit dem nächsten Thema weiter, wa? Ja, beflügelt von der Bitcoin-Rallye setzten auch diverse Altcoins zu krassen Kurssprüngen an. Solana knackte beispielsweise diese Woche die 100 Milliarden Dollar Market Cap, neues Allzeithoch und sogar Cardano, man mag es kaum glauben, das in den vergangenen Monaten ja wenig Grund zum Jubeln hatte, setzte zum Comeback an. Ja, die Marktkapitalisierung des Kryptomarkts, wir hatten es vorhin schon erwähnt, ist auf über 3 Billionen US-Dollar gestiegen zeitweise. Mittlerweile ist es wieder ein bisschen runtergegangen. Aber ja, der Sektor ist auf jeden Fall, ja, treibst du mal wieder auf die Spitze, Johannes, oder? Ja, insbesondere eine Nische innerhalb der Kryptobranche, nämlich, wir kennen es alle mittlerweile, wir sind es vielleicht fast schon ein bisschen leid zu hören, aber die Meme-Coins rasten mal wieder komplett aus. Und ich würde sagen, dass ich mich da schon wiederhole, weil ich habe das bestimmt auch in irgendwie tausenden Podcasts dieses Jahr gesagt, dass der Meme-Coin-Sektor ausrastet. Aber er übertrifft sich wirklich immer wieder selbst. Ich gehe mal ein bisschen in den chronologischen Ablauf. Also zu Beginn der Woche haben wir schon einfach gesehen, dass der OG-Meme-Coin-Doge erst mal 40% hingelegt hat, auf 0,44 Cent gestiegen ist und damit den höchsten Stand seit Juni 2021 erreicht hat. Wenig später erreichte dann der Ethereum-Meme-Coin-Peple ein neues Allzeithoch mit einer Marktkapitalisierung von, sage und schreibe, 10 Milliarden US-Dollar für den grünen Frosch. Ja, auch Dog with Head hat gute, stolze 40% Kursplus hingelegt und drückt seinem Allzeithoch immer näher. Und beide Coins wurden auf Coinbase gelistet, der größten US-amerikanischen Börse. Das dürfte da dem Kursfeuerwerk auf jeden Fall geholfen haben. Aber wenn wir auch generell in den Meme-Coin-Sektor gucken, also Meme-Coins wie Bread oder Popcat, zeigen alle irgendwie zweistellige Kursgewinne auf Wochensicht. Und ja, das hat jetzt auch wieder gezeigt, dass im weiteren Verlauf des Bullenmarkts nach wie vor mit den Meme-Coins zu rechnen ist, ob man sie hasst oder liebt. Sie sind natürlich höchst volatil. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind viele wieder zweistellig korrigiert. Das ist dann irgendwie so, wenn Bitcoin 5% abgibt, dann geben die Meme-Coins meistens so das 4- bis 5-fache ab. Aber ja, der Krypto-Sektor ist erstmal wieder im Hype-Modus und das bedeutet dann auch, dass die Leute Bock haben zu zocken. Und Memes sind dafür halt eben die besten Kandidaten. Sie versprechen fette Gewinne mit relativ wenig Einsatz und liefern auch immer wieder unfassbare Beispiele dafür. Und eines haben wir diese Woche wieder gesehen. Der jüngste Streit ist nämlich Peanut the Squirrel, also Peanut das Eichhörnchen, den manche jetzt auch für den nächsten Doge-Coin halten. Ja, du findest den schon ziemlich süß. Ich finde den mega geil. Ich finde den mega geil. Also ich weiß nicht, wie viele von euch da draußen die Story hinter diesem Eichhörnchen kennen. Das ist eigentlich eine sehr tragische Geschichte. Also es ist eine sehr süße, aber auch eine sehr tragische Geschichte gleichzeitig. Da geht es halt um so ein Pärchen aus den USA. Die haben halt so ein Eichhörnchen gerettet und das dann halt zu Hause großgezogen. Und das ist dann nämlich zum Social Media Star geworden, so auf TikTok und Instagram und so richtig durch die Decke gegangen, die ganzen Videos, so riesen Fanbase aufgebaut. Und auf einmal kam dann ja so das Tierschutzamt in den USA und hat dann halt das Eichhörnchen mitgenommen und eingeschläfert. Und das hat dann natürlich für maximale Aufregung gesorgt. Soviel zum Hintergrund. Ja, und es ist halt einfach die perfekte Story für einen Meme-Coin, finde ich. Absolut. Und ich meine, es geht ja mehr um irgendwie nur dieses Eichhörnchen. So ist es dann irgendwie zum Symbol für behördliche Übergrifflichkeit geworden. Und Elon Musk und andere Prominente und Politiker. Ja, sogar Donald Trump hat sich dazu geäußert. Und wie das dann so häufig ist, wenn sowas in die öffentliche Aufmerksamkeit drückt, dann wird daraus schnell mal ein Meme-Coin, weil die kann man ja bekanntlich ziemlich easy auf Plattformen wie Pump.Thumb launchen. Und das hat dann auch ein findiger Entwickler gemacht. Und wo plötzlich hatte Krypto einen kleinen Protest-Trade am Laufen, mit dem man halt quasi, ich weiß nicht, dem Eichhörnchen Respekt zollen konnte, Unterstützung signalisieren und halt eben gambeln, was das Zeug hält. Wir müssen mal kurz, glaube ich, darauf eingehen, wie geisteskrank schnell dieser Coin einfach in die Top 100 geschossen ist. Also das waren, glaube ich, irgendwie 2000, 3000 Prozent oder so, die der einfach innerhalb von einem Tag oder so zugelegt hat. Das war geisteskrank. Also ich glaube, so schnell ist ein Meme-Coin noch nie in die Top 100 gekommen. Also check das auf jeden Fall gerne nochmal, aber das war auf jeden Fall heftig. Der schnellste Coin, der 2 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung erreicht hat, in weniger als 14 Tagen. Binance hat das Ding gelistet. Genau, wenn ihr euch den Chart anguckt, dann seht ihr einfach nur diese grüne Kerze, die da hochschießt. Und ja, das Krypto-Tacho, das zeigt halt eben auch, oder der Krypto-Tacho zeigt auf extreme Gier. Und so wie das halt auch damals bei Dogecoin ist, braucht es ja eigentlich nur ein paar Tweets von Elon wieder, der an das Eichhörnchen gedenkt. Also er hat auch den Meme-Coin mittlerweile erwähnt und dann, ja, er weiß, wo das schon geht. Ich glaube aber, ehrlicherweise, ja. Also Elon Musk hat da sicherlich irgendwie einen Einfluss drauf. Aber ich glaube, man hat auch gesehen, dass, also das war zum Beispiel, glaube ich, bei Dogecoin so, dass nach einer Zeit man dann auch gesagt hat, okay, Elon reicht jetzt auch so mit deinem, weißt du, weil er halt immer so pump dump so mäßig das Ding so promotet hat. Also ich hoffe zumindest, dass man da ein bisschen erwachsener geworden ist und nicht nur auf sowas dann irgendwie setzt. Naja, du redest über den Mann, der eine ganze Regierungsabteilung gegründet hat, die Doge heißt. Ja. Ich weiß nicht, ob er wirklich erwachsener geworden ist. Nee, er selber wahrscheinlich nicht, aber ich dachte vielleicht so, jetzt in den drei Jahren, die jetzt auch seit dem letzten Bullenmarkt oder seit dem letzten Meme-Coin-Riesenhype sozusagen so schon her sind, dass da vielleicht der eine oder andere Investor auch ein bisschen reifer geworden ist. Aber, ja, wer bin ich schon, dass ich dann da so eine Forderung stellen kann. Ja, noch ein kleiner, kurzer Funfact zu Peanut, weil sich natürlich viele fragen werden, ob Meme-Coins einen jetzt so weich machen. Der Entwickler, von dem ich ja gerade gesprochen habe, der ist größtenteils unbekannt, aber man kann seine Aktion ja in den On-Chain-Daten nachvollziehen. Der hat tatsächlich nur 700 Dollar gemacht oder Gewinn gemacht mit dem Verkauf seiner Token. Also der hat sich ja natürlich dann zum Launch selbst Token gegeben und hat die aber offenbar relativ früh verkauft, innerhalb dieser zwei Wochen, in denen der Coin auf die 1 Dollar noch was gestiegen ist, die 2 Milliarden Market Cap. Und er hat einfach nur ein bisschen länger gehalten, dann hätte er heute 100 Millionen Dollar gehabt. Aber hey, 700 Dollar, 100 Millionen Dollar, Gewinn ist Gewinn, würde ich sagen, was. Ja, auf jeden Fall. Und weißt du, was mir auf jeden Fall Peanut auch gezeigt hat? Na, was hat dir Peanut gezeigt? Dass ich auf jeden Fall mehr auf meine Freundin hören sollte. Ich schwöre dir, die hat einfach, die lag jetzt zweimal richtig, die chillt mega viel so auf TikTok und auf Instagram. Und die kommt mir dann immer und sagt dann so, oh, guck mal hier, voll süß, so ein kleines Baby-Tierchen oder so. Dann war das erste Mal, war das Mudank gewesen. Das war irgendwie, kamen zwei Monate, bevor dieser Meme-Coin gelauncht ist, kamen die mit Mudank um die Ecke, dann mit Peanut jetzt vor kurzem. Das ist einfach crazy. Ich muss einfach mehr zuhören, weißt du? Und dann entsprechend halt einfach Ausschau halt nach irgendwelchen Meme-Coins, so wenn sie mir dann halt irgendwas geschieht. Jetzt vor kurzem hat sie mir was gezeigt zu Pesto. Das ist irgendwie so ein kleiner, eigentlich ist das so ein Baby-Pinguin, der, aber irgendwie aus irgendeinem Grund ist der viel zu groß. Also der ist viel zu groß für das Alter. Also der ist halt viel größer als so normale Baby-Pinguine. Und da gibt es auf jeden Fall auch mega viele Memes zu. Mega witzig. Aber ob das in die Riegel so von Peanut und Dogecoin und Mudank und so steigen kann, wer weiß, keine Ahnung. Aber ja, interessante These von dir. Hört mehr auf eure Freundinnen nicht, damit es mit der Beziehung besser läuft, sondern damit euer Meme-Coin-Gambling etwas lukrativer wird. Also danke für den Tipp da an der Stelle. Wir gehen mal rein ins nächste Thema und ja, wir haben sie ja angesprochen, die Kryptoeuphorie, die sich jetzt breit gemacht hat, die scheint jetzt so ein bisschen abzuebben. Also dieser Donald Trump Trade und die Märkte schalten jetzt möglicherweise in den Beobachtungsmodus und vielmehr könnten die Kurse dann eher darauf reagieren, welche Versprechen der designierte Präsident während seiner Amtszeit dann auch wirklich einhält. Die Mehrheit im Kongress und im Repräsentantenhaus scheint er zumindest schon mal zu haben. Und damit kann er theoretisch jedes Krypto-Gesetz relativ einfach durchdrücken, oder Daniel? Ja, also ich meine, du hast es gerade eben schon erwähnt. Also die Mehrheit im Kongress, sowohl Senat als auch Repräsentantenhaus, spielt ihn natürlich unglaublich in die Karten. Eine Hoffnung, die man jetzt natürlich haben könnte, wäre, dass er das Gesetz FIT 21, darüber haben wir ja glaube ich auch schon ein paar Mal gesprochen, ja, durchdrücken könnte. Wobei mir halt auch gesagt worden ist, dass dieses ganze Vorhaben auch eher so ein Vorläufer sein könnte für halt eine etwas ausdifferenziertere, größere oder eine neue Gesetzesbestrebung irgendwie. Ja, aber ihm spielt es natürlich auch mega in die Karten, dass es im Kongress jetzt auch so viele Abgeordnete gibt, die sich halt auch für Kryptowährungen einsetzen. Also da scheint diese ganzen Lobbyismus-Bemühungen der Branche auch wirklich gefruchtet zu haben. Wir erinnern uns ja, die haben ja 200 Millionen oder 300 Millionen eingesammelt, die Superpacks, und das halt an kryptofreundliche Politiker verteilt. Ja, das spielt ihm auf jeden Fall alles in die Karten. Ja, und er hat jetzt schon in den letzten Tagen, vor allem auch in dieser Woche, viele seiner zukünftigen Regierungsmitglieder benannt und sein Kabinett scheint tatsächlich von Tag zu Tag kryptofreundlicher zu werden. Also da werden Scott Bassent genannt, der möglicher Finanzminister werden könnte. Wir haben schon über ihn gesprochen, Elon Musk und Vivek Ramesses. Swami, glaube ich, wird da ausgesprochen, die ja jetzt den Doge-Ausschuss oder diese Abteilung da irgendwie leiten und angelehnt an den Doge-Coin. Das heißt, da bleibt es natürlich auch spannend, was mit diesem Meme-Coin noch passiert, wenn er dann immer wieder durch diese Abteilung Erwähnung findet. Aber auch John Toon, der Mehrheitsführer im Senat, wird und heute Morgen auch Robert Kennedy Jr. als Gesundheitsminister ernannt. und eine besonders dringende Frage, die viele Krypto-Anleger und auch Unternehmen in den USA jetzt natürlich haben, ist, wer die US-Börsenaufsicht, also die SEC, mit Amtsantrieb von Trump führen wird. Der aktuelle SEC-Chef Gary Gensler fährt ja einen bekanntlich harten Kurs gegen die Branche. Wissen wir denn da überhaupt schon mehr, Daniel? Ja, also es gab ja heute Morgen, glaube ich, irgendwie das Gerücht, was auf Krypto-Twitter rumging, dass er, also Gary, Evil Gary, wie auch immer man ihn nennen möchte, möglicherweise sogar in den nächsten Tagen sein Amt niederlegen könnte. Da wurde dann irgendwie eine Rede gezeigt, wo er irgendwie so gesagt hat, es war mir eine große Ehre, mit ihm zusammenzuarbeiten und so und bla bla bla. Und das hat man dann halt so interpretiert, dass es für ihn wie eine Art Abschiedsrede gewesen sein könnte. Wenn es jetzt so um Nachfolger geht, dann gibt es natürlich ein paar Kandidaten, die da so im Rennen sind. Also Hester Pierce zum Beispiel, die ist ja eine der der Commissioner bei der SEC, vorher schon gewesen, dass sie halt ja an seiner Stadt die SEC leiten könnte. Sie ist ja, glaube ich, eher aus so aus dem republikanischen Lager, aber auf jeden Fall auch so kryptofreundlich eingestellt. Marco Jida ist ein anderer Kandidat auch von den Republikanern ebenfalls, also ein aktueller Commissioner, der halt dann als Vorsitzender in Frage käme. Aber ansonsten gibt es halt auch noch ein paar andere aussichtsreiche Kandidaten wie Christopher Giancarlo zum Beispiel. Das ist der, das ist ein ehemaliger Anwalt oder ich weiß gar nicht, ich habe da immer noch praktiziert, aber er war auf jeden Fall auch mal, hat man ehemals die CFTC geleitet und in der Industrie nennt man ihn auch gerne mal den Crypto Dad. Das, glaube ich, spricht dann irgendwie auch so ein bisschen für sich. Ja, gibt halt ziemlich viele, die da aktuell im Rennen sind, aber alle von, oder die alle eint halt, dass die Kryptowährung oder den digitalen Assets ja, freundlich gesinnt sind oder freundlich hergesinnt sind, als es Gary Gensler gewesen ist. Ja, und übrigens noch einen kleinen interessanten Fact an der Seite, der ehemalige SEC-Chef, also der, der vor Gary Gensler da war, Jay Clayton heißt der Mann, der wird jetzt Staatsanwalt des südlichen Bezirks in New York. Das ist derselbe Bezirk, der auch Sam Bankman-Fried verurteilt hat und wenn wir uns jetzt also Jay Clayton nochmal genauer anschauen, dann zeigt sich da ja auch ein gemischtes Bild. Der hat während seiner Zeit als SEC-Chef gesagt, dass er ICOs zum Beispiel als Wertpapiere einstuft und ich glaube, die Ripple-Anleger unter uns, sie werden sich noch gut an ihn erinnern, denn seine letzte Amtshandlung im Dezember 2020 war tatsächlich eine Klage gegen Ripple wegen den Verkauf oder wegen des Verkaufs von unregistrierten Wertpapieren, die das Unternehmen ja bis heute noch beschäftigt. Danach war er dann aber tatsächlich als Berater für Kupro-Firmen tätig, also sehr gemischtes Bild bei ihm. Ja, ich glaube, das liegt jetzt natürlich schon vier Jahre zurück, die Klage gegen Ripple. Wenn wir uns mal daran erinnern, was mit Donald Trump in dieser Zeit passiert ist, dann kann es natürlich sein, dass der gute Mann vielleicht auch so eine Metamorphose irgendwie durchlaufen hat vom Krypto-Skeptiker ist vielleicht übertrieben, aber vom Krypto-Skeptiker hin zu einem freundlichen Befürworter oder so, kann natürlich alles sein, aber ich glaube, was sich dieses Mal auf jeden Fall geändert hat für ihn ist halt auch, dass der politische Druck auf jeden Fall eher, oder sage ich mal, die politischen Verhältnisse eher so sind, dass man als Krypto-Skeptischer möglicher SEC-Chef, nee, was war das, Staatsanwalt ist da, sorry, dass man da dann auf jeden Fall ja vielleicht auch nochmal genauer dann drauf achten muss, was man ja machen möchte. Aber ich würde sagen, er ist ja so jetzt der einzige Kandidat, bei dem man sich bisher noch nicht so wirklich sicher ist, ob er pro Krypto ist oder nicht, das scheint noch nicht so richtig auszustehen, wahrscheinlich eher schon, aber bei den anderen sieht es ja schon erstmal sehr vielversprechend aus und demnach würde ich jetzt einfach mal so das Fazit ziehen, dass sich ein Richtungswechsel anzubahnen scheint und ich glaube, am wichtigsten festzuhalten ist eigentlich, dass selbst wenn Trump nicht sofort alle Krypto-Versprechen einlöst, wäre ja allein die Tatsache, dass man nicht mehr aktiv gegen die Branche vorgeht, ein total bullisches Signal, also Gensler als auch die Regierung von Joe Biden, die sind ja wirklich hart gegen den Sektor vorgegangen, ich erinnere mich hier an dem Begriff, wie hieß das? Operation Chalkpoint 2.0. Chalkpoint, genau, 2.0, da hat man ja aktiv quasi diese Agenda gefahren, den Krypto-Sektor irgendwie auszumerzen und ja, dieser Richtungswechsel, der sich jetzt andeutet, den scheinen viele Stakeholder auch bereits zu antizipieren, trauen sich zunehmend aus der Deckung, allein wenn ich jetzt auf diese Woche gucke, was da alles schon los war in den USA, also wir haben plötzlich Meme-Coins-Listing auf großen US-Kryptobörsen gehabt, ich habe es vorhin angesprochen, PayPal und Whiff auf Coinbase, das hätte es vorher nicht gegeben, der beliebte US-Broker Robinhood hat Solana und ADA wieder mit aufgenommen ins Repertoire und auch Ripple, die ja eigentlich alle von der SEC auch als Wertpapiere eingestuft wurden und wo es ja noch Prozesse gibt, die ja irgendwie auch klären sollen, wie genau diese Token jetzt einzustufen sind und das hat den ja großen amerikanischen Broker jetzt nicht davon abgehalten, die wieder zu listen. Ich finde, da ist ja auch im Coptospace so eine, finde ich ziemlich spannend, eine Debatte darüber ausgebrochen, von wegen inwiefern die SEC-Anleger hier wirklich beschützt hat. Als diese Klage gegen Coinbase damals kam und es dann hieß, dass diese Wertpapiere, oder dass diese Token als Wertpapiere eingestuft werden, da hat Robinhood sich ja dazu entschieden, Solana von der Plattform zu nehmen, da stand Solana bei 16 Dollar, das heißt US-Anleger hatten dann zumindest über Robinhood keinen Zugang dazu. Jetzt nimmt man Solana bei 216 US-Dollar wieder auf und das Narrativ im Coptospace so ein bisschen, okay, vielen Dank, SEC hat mich davor bewahrt, in ein Asset zu investieren, was um mehr als das Zehnfache gestiegen ist in dieser Zeit. Das deutet auch wieder oder zeigt halt wieder auch, wie kontrovers diese Börsenaufsicht dann auch ist im amerikanischen Baum. Zurück zu den Entwicklungen diese Woche, also Coinbase hat irgendwie auch einen neuen Krypto-Index gelauncht, den man als Derivat auch per Hebel traden kann. BlackRock weitet seinen Tokenisierungsfonds auf diverse Blockchains aus, auch auf solche, die vielleicht als zentralisiert gelten könnten und damit irgendwie zur Zielscheibe der SEC geworden wären, also in normalen Fällen. Und ja, auch Chainlink kooperiert jetzt mit dem Trump-Defi-Projekt World Liberty Finance. Das sind alles Sachen, die alleine in dieser Woche passiert sind und auch das ist für mich irgendwie ein starkes Zeichen dafür, dass die Kryptobranche in den USA wieder zum Leben erwacht und stimmt mich zumindest versichtlich, dass sie weiterhin Rücken bekommen wird. Voll, voll. Also ich glaube, wichtig ist jetzt natürlich erstmal zu gucken, was passiert jetzt nach der Amts-, also nachdem da Trump sein Amtseid abgelegt hat, dann wird er ja auch irgendwie so einen 100-Tage-Plan, glaube ich, irgendwie vorstellen, ja, was er denn jetzt alles vorhat, so und dann wird man halt, glaube ich, auch sehen, wie viel davon auch tatsächlich, ja, so viel Krypto angedacht ist und was vor allem da angedacht ist, ne, aber ich bin da vollkommen deiner Meinung, also ich bin da eigentlich auch positiv gestimmt, dass das jetzt in den USA in eine positive Richtung geht. Was ich mich halt so ein bisschen frage, ist, wir hatten ja hier in Europa jetzt immer auch so ein bisschen uns darauf ausgeruht, dass wir halt mit Mika so einen Standortvorteil haben, weil wir halt so einen ganzen großen Wirtschaftsraum einheitliche Kryptoregeln haben. Ich frage mich halt, was passieren wird, wenn die USA als dieses Thema tatsächlich mal richtig angehen, wie dann halt sich die Verhältnisse irgendwie ja, verändern werden oder ob sie sich verändern werden, wie sie sich verändern werden, was das dann vielleicht auch für Europa bedeutet als Kryptostandort. Das sind, glaube ich, so spannende Fragen, die man vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten sollte. Absolut, ja. Und das wird sich, denke ich, in den nächsten Monaten zeigen. Aber wir sind damit schon am Ende der heutigen Folge angelangt. Ich sage wie immer vielen Dank fürs Einschalten, liebe Zuhörer und Zuschauer. Wir drücken mal die Daumen, dass wir auch in der nächsten Woche reichlich positive News zur Entwicklung dieses Sektors bieten können. Dann hört ihr wieder Daniel und an meiner Stelle dann den Kollegen Giacomo Mayhofer. Bei Fragen und Anregungen könnt ihr uns wie immer unter podcast at btcecho.de erreichen. Und ja, damit würde ich mal sagen, bis in sieben Tagen und macht's gut. Und an I I I I I Vielen Dank.